Heute ist der 7. Dezember. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Santiago's Adventskalender. Ich bin ein Kollege von Santiago, mein Name ist Florian Kleid und ihr kennt mich unter anderem als deutsche Stimme von Han Solo in Star Wars Solo. Cho Sang Woo in Squid Game oder vielleicht als verrückte Katze in Battle Kitty. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim heutigen Video. Macht's gut und habt eine besinnliche Kekszeit. Euer Florian Kleid Heute könnt ihr gewinnen Eine Spongebob Kuscheldecke